Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, die Hanfparade zu moderieren und möchte dementsprechend erstmal alle Leute begrüßen. Was Steffen gesagt hat, ist sehr wichtig. Fast zwei Jahre Ampel und nichts ist passiert. Keine Legalisierung, keine Entkriminalisierung. Menschen werden immer noch wegen CBD und Nutzhanf schikaniert. Medizinal Cannabis ist immer noch sehr schwierig zu bekommen. Also es ist wichtig, dass wir auf die Straße gehen und auch der Politik, die ja eigentlich einen Paradigmen wechseln möchte, lauthals entgegentreten und sagen, was wir möchten. Also wir sind hier und wir sollten laut sein, weil man uns das Ganja klaut. Weil man uns das Ganja klaut. Genau. Wichtig. Die Leute, gerade die Leute, die viele in Berlin kennen und in der Umgebung wohnen. Der eigentliche Umzug beginnt erst um drei Uhr. Das sind noch zweieinhalb Stunden. Bitte schreibt euren Homies, dass sie hier vorbeikommen, denn wir müssen viele sein. Lasst das Chillen sein. Reit euch in die Demo ein. Also kurz noch was zum Programm. Von 12 bis 15 Uhr finden hier Reden und Musik statt. Danach der Umzug und um 18 Uhr, also der Umzug um 3 Uhr. Und um 6 Uhr, 18 Uhr geht es hier wieder weiter mit Reden und Musik und ab 8 Uhr wird auch hier das Tanzbein geschwungen. Musikalisch haben wir den DJ White, die DJ Mara Zee, das Kollektiv Kiko King & Creative Maze und die Band Hexler. Reden werden wir hören von Philin Edbauer, Oliver Waag-Jürgens, Christoph Rossi-Rossner, Georg Wurt, Maximilian Plenert, Felix Blei, Daniel Brückner, Cibo Martinet, Andreas Kretsch, Mierta Rostas, Ferdinand Siebert, Günter Weiglein, André Musa-Schmitz, Florian Rista, Nicole Teschler und Roman Lemke. Und damit fangen wir jetzt auch an. Oh gott! Zum Wurt. Kikumlar, Quaffi, Kori Linke. Die Be Jinke. In demt. Und damit fangen wir Roundup, die cupboards zu machen. Morgen kommt jetzt bald ins Sch乐.